Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Russian Fishing 4 Video. Es ist lange her, dass das letzte Video kam, aber heute ist es soweit und wir gehen auf einen dicken Hecht. Hier ist der schöne, 4 Kilo Hecht ist gar nicht mal so scheiße. Noch haben wir Happy Hour und wir stehen in der alten Festung bei 43,59. Das ist, wenn ihr gerade rauskommt, direkt auf der Brücke und dann werfen wir quasi links ins Wasser. Oh ja, da geht auch schon direkt der Nix rein. Ein 2 Kilo Hecht. Bin gespannt, wie viel wir hier rausholen in einer Stunde. Meistens beißt er ja eher morgens und in der Abenddämmerung und dazwischen ist da meistens eine Riesenpause. Ja, mal gucken. Oh, da ist der Nächste. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sequenz was haben wir hier. Haben wir unseren zweiten größeren Hecht. Brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja einen Kaffeeauftrag drin. Das sieht aus nach einem Barsch. Hallo. So. Boah, fast Trophy. Haha. Vielleicht bekommen wir ja auch wieder richtig geile Stunts von den Hechten, weil die springen gerne mal aus dem Wasser raus. Ich würde aber sagen... Oh. Oh ja. Der hat Bock. Boah, 6,6 Kilo. Uiuiuiui. Also der Spot, der läuft hier richtig gut, ey. Was wollte ich sagen? Achso, ja genau. Ich wollte sagen, wir sehen uns wieder, wenn ein bisschen mehr Action ist, ja. Also ich denke mal, hier wird jetzt ein Hecht nach dem anderen reinrasseln. Wahrscheinlich eher die kleineren jetzt die nächste Zeit. und ähm, hier sehen wir uns auf jeden Fall, wenn was Großes wieder am Haken ist. Ah, komm, der nächste. Uiuiuiui. Kann ruhig mal ein bisschen größer werden hier. Oh, könnte was größer das sein. Jo, das ist wieder ein schöner Hecht. So, Leute. Wir sind zurück. In der Festung. Okay, ich wusste gar nicht, dass hier Musik läuft. Ist das neu? Keine Ahnung. Ja, wir haben hier genau den Auftrag, den wir haben wollen. Zwei, drei Kilo Hechte für 130 Silber. Richtig gut, ja. Insgesamt haben wir gefangen. Oh, ja. 159 Silber. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, geht natürlich besser. Wir haben leider relativ wenig. Sehr große Hechte gefangen. Die hier werde ich auf jeden Fall gleich in richtig viel Asche umwandeln. Das heißt, wir haben insgesamt den hier und den hier. 130. Und 121. 250 Silber. In einer halben Stunde. Das kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Ähm. Ja. Wir standen nach vorne auf der Brücke. Ich zeig euch jetzt das Setup. Einfach nur um zu gucken, wer sich getriggert fühlt und das Video nicht bis zum Ende guckt. Wir haben den Funky Mino F11002 benutzt. Mit den riesig Zwei-Haken. 15 Kilo Stahlvorfach. 15,6 Kilo Hauptschnur. Ansonsten, die Route kennt man ja aus meinen anderen Videos. Nix besonderes, ja. Ja. Ich stand jetzt eine halbe Stunde an dem Spot. Also quasi auf der Brücke, direkt geradeaus. Und hab links runter geworfen. Mehr würde ich euch auch gar nicht empfehlen. Weil. Ihr werdet nicht mehr fangen. Also. Der Hecht hat eine halbe Stunde ungefähr. Wo er am besten beißt. Und ähm. Danach. Kommt da nicht mehr so viel. Man kann natürlich viel Glück haben. Und da kommt noch ordentlich was, ne. Ist aber eher selten der Fall. Deswegen würde ich einfach gucken. Guckt in das Café rein. Ist die Hecht auf. Also ist die Hechtaufgabe da. Und wenn ja. Schnell eine halbe Stunde hier rein. Eure Wobbler reinwerfen. Und holt euch die dicken Viecher da raus. Ja. Das war's für heute. Euch. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Gehabt euch wohl. Euer Esox. Die Hecht auf. Das war's für euch. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.